Gastfreundschaft und Zillertaler Lebensfreude. Das erwartet den Gast, wenn er die Schwelle zum Wellnesshotel Kohlerhof überschreitet. Outdoor-Erlebnis im Kohlerhof In Fügen ist immer was los, Fügen ist in. Ganz egal welcher sportlichen Tätigkeit man nachgehen will, ganz egal zu welcher Jahreszeit, der Kohlerhof bietet für alle etwas. Erholung bei einer Bergwanderung. Diese herrliche Gegend um Fügen ist inspirierend und beflügelt den Geist. Sommervergnügen vom Feinsten. Oder man lässt es krachen, auf einer der unzähligen Skipisten. So soll Winterspaß aussehen. Lust auf noch mehr? Am besten selbst vorbeikommen und sich persönlich überzeugen lassen. Es gibt nur eine Top-Adresse in Fügen. Den Kohlerhof. Wellness für Körper und Geist. Eine Top-Adresse in Fügen. 衞 Ahnung. Essa reizei undairei. Das war. Das war. Das war. Das war. Das war. Das war.